Liebe Freunde hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld. Willkommen zurück zu Finkvara und unserer schönen feinen Kolonie hier. Ja, Lagermanagement läuft so ein bisschen schleppt voran. Insbesondere deswegen, weil wir halt im Sommer sind. Ernte wird eingefahren. Zwischendurch mal wird Holz gehackt, wenn es notwendig ist. Wir haben Keiko rekrutiert. Klamotten werden hergestellt. Nahrung ist genug vorhanden. Keine großen Mengen, aber das wird sich jetzt ändern, sobald hier mehr Feldfrüchte reinkommen. Und ja, bis jetzt war es ruhig in letzter Zeit. Bin mal gespannt, ob da was kommt. Und wir wollen hier nochmal schnell so ein kleines Gefängnis aufziehen, weil hier eine Quest verfügbar ist, mit der wir relativ viel Ehre absahnen können. Und ja, im Grunde genommen müssen wir hier zwei Gefangene bei uns hier in Gewahrsam nehmen. Und ja, dementsprechend sind das so die nächsten Sachen, die wir vorhaben. Entschuldigung. Und ja, dementsprechend lasse ich jetzt erstmal laufen. Und wir gucken mal, wie sich das hier entwickelt. Wir haben relativ viel Heu zur Verfügung. Das will ich natürlich immer ein bisschen anders lagern hier. Warum ist das hier als Lagerzone definiert? Warum liegt das hier alles? Heuboten aus Holz. Ah, okay, Lagerzone 8, Heu. Ja, dann machen wir das mal. Ich könnte 8 Stapel rein anstelle von 2. Das wird uns schon helfen, wenn wir das so machen. Deswegen bauen wir auch nochmal einen Heuboden hier hin. Lagerung. Wo war denn der Heuboden hier? Ich gucke immer zu schnell. Da ist er. Dann nochmal einen hier hin. 85 Holz. Holz wird jetzt automatisch gemanagt. Hoffe ich mal, dass es auch klappt. Ja, jetzt sind wir in der Nacht. Wir lassen mal ein bisschen schneller laufen. Wir haben echt viel Medizin da. Aber Nero und Bokroi haben wieder ihren Spaß. Das Gefängnis wird schon mal hochgezogen. Wir konnten ja auch mittlerweile, glaube ich, komplexe Möbel bauen. Das wird auch nochmal so ein Thema. Wir haben auch irgendwie viel Holz für. Ich mache das erst später. Also klar, fürs Gefängnis baue ich nochmal eins. Aber wir müssen hier echt einmal weiter vorankommen. Die Sachen müssen eingesammelt werden. Das Holz wird gerade nicht transportiert. Transport liegt auch in der Prio echt weit hinten. Hier soll nochmal abgebaut werden, damit wir hier ans Eisen kommen. Ja, ist noch viel zu tun. Ist noch viel zu tun. Ich würde gerne nochmal einen Smelter bauen. Damit wir halt so auch alte Waffen und so einfach wegsmelten können. Quasi wegschmelzen können und das Eisen dann nicht verwenden können. Jacke herstellen beendet. Sehr schön. So, wir haben Tools abgeschlossen. Das ist auch wieder so ein Thema, womit ich mich beschäftigen muss. Also irgendwie gewisse Jobs können dadurch besser gemacht werden. Das wollen wir uns so noch anschauen. Ich hatte mir überlegt, dass wir als nächste Forschung Stew Cooking nehmen, weil uns das nahrungstechnisch, glaube ich, so ein bisschen besser versorgt. Also sehr nahrhafte Nahrung kann man damit herstellen. Dauert zwar ein bisschen, aber vielleicht wäre das ja auch mal so ein Weg. Forschen wir mal weiter. Parka wird nochmal für den Winter hergestellt. Parka wird nochmal für den Winter. Das ist auch eine große Herausforderung. Oh man, 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 man. Und ja, wir haben ja auch eine kleine overlooked seit Jahren. Oh man, 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 man. Oh man, 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 man. gelagert werden darf glaube ich ja genau das sollte eigentlich aber auch hier eigentlich gelagert werden aber das wird glaube ich nicht gemacht weil pio ist wichtig was ist hier die hier ist die pio normal mahlzeiten hier kommen mahlzeiten ein aber hier kommt ja vegetarisches rhein mais meist soll man nicht hier gelagert werden eigentlich doch aber kein mais hat mir gesagt machen wir mal so lager hier wurde nahrung komplett verboten so dass man weiterlaufen klamotten technisch mit einer gesamtmasse von 14 kilogramm 20 limitierte masse mit einer gesamtmasse von 14, gibt es bei dem lag auch so ein kilogramm grenze 2,5 kilogramm per zelle jetzt werden die da rein geladen sehr schön so knast ist durch was für gefangene hier dann kommt da noch mal eine fackel rein hier dann werden wir mal hygienetechnisch auch mal für eine toilette hier sorgen für ein bad dann legen wir da noch mal boden aus böden 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 da wir hatten die glaube ich genommen dann haben wir schon mal ein gefängnis und wenn das fertig ist dann nehmen wir auch die quest an heu wird jetzt hier gelagert ich lösche mal dieses lager hier liegt echt viel rum dringend rein tragen wir lassen mal dringend tragen erst mal das ist nochmal so eine gemeinschaftstoilette dieses lager kann gelöscht werden ok holz wurde wieder markiert durch den manager jo ware kommt rein sehr schön vielleicht ist noch genug da sehr schön hier ist auch immer ein bisschen aufgeräumter jetzt ist wieder nacht wir lassen das mal laufen lichttechnisch ist das hier in ordnung alles hier nicht hier dann machen wir noch mal ein auf die andere seite so dieses gefängnis auch bald fertig wäsch also die trinken da glaube ich nicht genau und noch ist glaube ich freizeit ja jetzt geht es gleich mit der arbeit los hier wurde irgendwie wieder was gerissen von amabell hier kommt bitte kein mais rein warum wird das immer hier hin und her komischerweise hin und her transportiert unpassend unpassenderweise so sommer läuft noch gefängnis ist fast fertig gebaut nebliger regen echt warm forschung abgeschlossen stew cooking das schauen wir uns mal an also produktions stew pots wir haben kein eisen momentan haben es aber schon mal geforscht egal ist gut gunpowder jewelry soybean fermentation ich werde mal schon mal auf adlige kleidung gehen bald haben wir ja eine neue stufe für unsere herrscherin hier es wird glaube ich ein bisschen holz gefällt glaube ich das ist was machen eigentlich unsere tiere ähm jagen soll der nicht der mabel soll jagen er auch die sollen halt einfach nur tragen das können die wollfortschritt nebliger regen haben wir schon mal gesehen jo wird es wird auch wieder angepflanzt das ist echt krass ne was hier so an dringend tragen rein damit Feldarbeit haben sie eigentlich fast alle drin ne wir haben genug fleisch wir werden jetzt erstmal nicht jagen je weniger andere sachen zu erledigen sind desto schneller wird der rest hier erledigt hilfsarbeit wenn ich glaube die keine expertise so können wir Wasser ablassen schalter betätigen Wasser behälter öffnen transport ja okay transport ist eigentlich auch wichtig ne hm das ist echt deswegen wird der Kram halt immer nicht erledigt ne also transport ist eigentlich wichtig ähm ich probiere das mal so rum aus wenn das alles auf eins ist und dann der rest kommt also tierfliege erst dann transport dann kommt irgendwie so der rest also schmieden schneidern und dann äh menino zum beispiel tierfliege dann das dann kommt die waldarbeit und dann die und dann hier auch tierfliege 233 tierfliege 1 1 2 2 3 3 3 sneaker okay okay bauen ist schon eine wichtigere Aufgabe jagen ist auch so eine Hauptaufgabe jagen dann aufsehen logisch ähm dann kommt das dann kann ich das mal hier so einstellen keiko geht erst jagen natürlich dann 2 3 wir machen das mal so das muss hier ein bisschen besser laufen weil sonst wird das nichts die sachen werden ständig nicht mit transportiert nicht aufgefüllt wenn das alles erledigt ist dann super so alle 39 grad draußen so wo sind die leute die kümmern sich wieder um die tiere jetzt wird auch transportiert sehr schön eine mutige kriegerin der fraktion ja lassen wir sie durchwandern kein thema wir wollen keinen ärger mit den leuten so oh horns überlebende sechs verzweifelte flüchtlinge nähern sich ihr anführer heißt horn sie behaupten sie seien wegen moralischer meinungsverschieden aus ihrer stadt verbannt worden horn bittet dich um erlaubnis über einen zeitraum von 16 tagen in fing wade zu bleiben um sich auszuholen und neu zu gruppieren äh im gegenzug bieten sie an wir in dieser zeit kostenlos zu arbeiten und zu kämpfen wenn du sie zufrieden stellst könnten einige von ihnen gewillt sein deiner kolonie beizutreten vielleicht belohnen sie dich später auch dafür dass du ihnen geholfen hast aber ihre wahren absichten sind nicht bekannt diese flüchtlinge gehören keiner fraktion an wenn du möchtest kannst du sie töten gefangen nehmen verkaufen oder ihre organe entnehmen ohne diplomatische konsequenzen befürchten zu müssen ähm wir lassen das erstmal ich das wir haben ja noch 4,1 tage zeit um uns zu entscheiden aber wie viele leute waren das noch mal das waren irgendwie sechs leute noch zusätzlich ne das schon wie sollen wir die überhaupt unterbringen also das echt too much okay wir werden uns wir werden jetzt erstmal die gefangenen annehmen so gesuchte so und zwar annehmen für ehre und zwar für bocroy gefangene sind eingetroffen zu mord springen gut dann und bocroy nimmt jana gefangen gefängnis ja wir reduzieren mal den widerstand weil wir müssen die ja eh weg schicken glaube ich deswegen es ist wieder nacht gibt es denn schlafplätze die wir zuweisen können neu zuweisen alle versorgt so gefangenen sind da sehr schön ja also ich wollte nur mal während des nacht ist mal nacht ist mal die die bewaffnung mal schon also abonero hat ein heavy crossbow und ein schwert hier auch menino auch hier könnten wir noch ein schwert gebrauchen double barrel shotgun hier ist schon ein schwert dabei hier ist schon ein schwert sehe ich gerade ok dann stellen wir das mal ein also hier soll immer mit dem schwert gekämpft werden das ist auch die hauptwaffe dann doago bevorzugen bocroy hat was ist das denn achso bocroy ist ja ähm unsere dame mit den psychofähigkeiten hat aber nur ein hammer weil sie auch baut ne also sie äh deswegen hatte sie ein hammer aber eine fernkampfwaffe würde ich ihr auch gerne geben wir haben aber echt diese eisen problematik deswegen haben wir auch ein schwert oder sowas noch ne nix ne also ich würde gerne ein schwert nehmen oder hier Seneca hat zwar ja hat es schon alles Keiko hat noch keine seitenwaffe ja das darum müssen wir uns kümmern wir lassen das noch mal schneller laufen jetzt wieder so die gefangenen können wieder laufen nächster tag bricht an Nahrung haben wir echt gut da muss ich sagen fast voll auch es wird natürlich erstmal nicht mehr angebaut weil wir die prios umgesetzt haben weil irgendwie wurde nix mehr transportiert Leute das musste sein erst soll mal transportiert werden und dann soll gearbeitet werden ja ok es wird sauber gemacht im gesamten gebiet ok wir müssen wieder jagen eine fleischmenge was haben wir denn ein riesenfaultier jo das wird mal gejagt das passt wie viel pferde haben wir eigentlich hengst 1 2 3 4 wobei wir werden jetzt keine mehr irgendwie zähmen sondern weil die reproduzieren sich ja jetzt auch und da werde ich mal auch so eine regel aufstellen bei den pferden jetzt zumindest so und zwar so gehen wir mal zu den pferden so pferde wir haben wir wollen bei den erwachsenen maximal zwei females haben und 2 4 6 7 2 4 6 7 und 7 males bei den jugendlichen ist es eigentlich relativ egal wobei die bringen ja auch nichts wenn die so bei den jugendlichen ist es egal automatisch zum nicht keine zähmen überschüssigen viel bestand schlachten trainierte nicht schwangere und gebundene auch nicht so Tiere zum schlachten auf ein gebiet beschränken ja und zwar welches gebiet gab es denn hier das muss ich mir mal anschauen das wird mal geprüft ähm manage auch täglich so ähm wie sehen denn die gebiete aus die wir da haben wollen zonen heimat äh gebiet 1 die sollen dann auf gebiet 1 begrenzt werden Tiere die zum schlachten ausgewählt werden so dann auf gebiet 1 hat mir gesagt na genau gebiet 1 wird nix gezähmt wird nix gezähmt so und der auftrag läuft jetzt auch oh riesenfaultier wurde erlegt sehr schön ähm fleischmenge hengst soll gejagt werden die jagen wir jetzt also die wilden Tiere äh sind wir schmerzbefreit äh 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 jetzt habe ich echt das gefühl als ja wenn man das halt so einstellt ne ähm ja wird gar nix gemacht ne so waldarbeit äh und 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 mal gucken ob er das auch hinkriegt alleine tierfliege anyone sehr schön ja die sind alle jetzt irgendwie mit menino hat schon fährt graffi nimmt mal die bokeu raffi ist bokeus hengst kann vom zügigen kolist automatisch beritten werden kann von allen kolonisten beritten werden rodel grün das muss hier mal raus naja auf jeden fall graffi gehört bokeu dann menino hatten fährt dann kriegt hengst 1 bei graffi ist ein männchen 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 ja dann kriegt den hengst 1 sinika und die anderen tiere werden von menino weiterhin trainiert etc so dann geht es mal weiter schneller laufen lassen transport und reinigen ich lasse das mal noch mal einen tag so laufen und guckt mir das mal an oder sich zum ersten mal bei den beiden schön ja gefängnis ist gebaut wir wollten hier auch noch mal schauen ich irgendwie bergbau kann man das beim management irgendwie nicht so einstellen dass beim holz vielleicht macht man das nicht täglich wir beobachten das mal weiter oder beim holz stellen stellen wir das beim management echt so ein dass alles gezielt wird ziele alle aufdrücke zielanzahl was hat mir hier gesagt wir passen eigentlich 900 rein 800 ja dann machen wir daraus 900 ne ja 898 genau so so heu wird auch gut jetzt gucken wir mal was was hier so läuft ne wir schauen uns das mal an ich weiß ihr lieben also mit den prios habe ich so ein bisschen oder wir werden uns das ich sehe grad die voll wir sind schon beim folgen ende wieder eine etwas ruhigere runde wir haben die gefangenen da alles super die werden jetzt erstmal versorgt nahrung warum wird keine nahrung produziert kochen ist hier auf prio 1 eigentlich aufgabe echt komisch schaue ich mir auch alles in der nächsten folge an naja ihr lieben ja wir müssen weiterhin irgendwie versuchen das lager zu managen irgendwie demnächst mal die quartiere hier rausbringen dann hier schon mal anfangen irgendwie räumlichkeiten für unsere zukünftige halt sie ist ja noch frei bäuerin aber wird ja in ihrem rang aufsteigen das dann halt zu vergrößern dass das hier in der mitte sein wird es wird weiter geforscht lustig und ja für den winter müssten wir gut gewappnet sein eigentlich läuft es ganz gut ist aber halt verdächtig ruhig bin mal gespannt ob in der nächsten folge irgendwie was kommen könnte was uns hier so ein bisschen ärgert oder halt die kolonie in gefahr bringt momentan jedenfalls noch nicht da bin ich sehr froh wir können weiter forschen wir können uns weiter hier ausbauen und ja bis zum nächsten mal lieben vielen dank fürs zuschauen euer fanny ciao ciao